Ihr habt den Impact auf Menschen, nicht nur beruflich, weil die wachsen, ihr habt beruflich und wachsen menschlich, weil sie merken, ich bin mutiger geworden, ich verstehe die Komplexität und bin dadurch souveräner und gelassener. Das ist etwas, was mir erst im Laufe der Zeit bewusst geworden ist. Es ist nicht nur der Impact auf das Business, dass wir für mehr Kunden sorgen, für mehr Sichtbarkeit, sondern es sind ganz oft auch die Nuancen dazwischen. Wenn vor mir jemand sitzt und sagt, meine Frau hat zu mir gesagt, ich bin selbstbewusster geworden, ich strahle mehr, ich komme nach Hause, ich bin gelassener, weil ich weiß, das Business läuft super und meine Mitarbeiter schmeißen das, dann ist das für mich fast noch wertvoller. Aber der Glaube an dieses, ich bin so ein Bauchgefühl, Mensch, dich führe darauf, dass sie hadern, sie wissen nicht mehr, wohin hast du auch solche mal gehabt oder wenn ja, wie gehst du damit auf? Habe ich und daraus sind auch ganz harte Disqualifizierungsmerkmale bei uns entstanden. Weil ich einfach gemerkt habe, dass es unglaublich anstrengend ist. Du kannst jemanden nicht zum Erfolg zwingen, wenn er das selber nicht möchte. Und es gibt gewisse Parameter, die müssen wir einfach akzeptieren. Das sind die Spielregeln, die gehören einfach dazu. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte LinkedIn machen, um mich kreativ auszuleben, sage ich, das ist vollkommen fein. Aber dann suchst du wahrscheinlich was anderes, als das, was wir unseren Kunden bieten. Bianca Kolwitz ist mein nächster Gast. Sie ist die Gründerin von Black Label Marketing. Sie ist Strategin für LinkedIn, Business LinkedIn Strategien überhaupt. Bei ihr gibt es definitiv kein Sugarcoating. Es macht super viel Spaß, mit ihr zu sprechen. Wir sprechen natürlich, wie immer, mit unseren Gästen über die besseren Entscheidungen. Wie treffen wir sie? Wie treffen sie die? Wie trifft sie die unter Stress? Was bedeutet genau Sugarcoating? Kennst du den Begriff? Wir gehen auch darauf ein, beziehungsweise sie erklären, was das bedeutet und wie sie mit schlechten Entscheidungen umgeht, weil die passieren im Alltag halt auch. LinkedIn Positionierung ist ihr Spezialgebiet. Sie wird dir zeigen, wie das am besten geht und das so authentisch wie möglich, aber ohne Geweine. Also ich wünsche dir viel Spaß mit Bianca Kolwitz hier im MeinLeader Podcast. Liebe Bianca, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und gut, dass du heil durch den Stau gekommen bist. Also vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du da bist. Du hast auf deiner Website einen Satz stehen, von dem finde ich sehr interessant. Practice what you preach. Nicht teach, sondern preach. Was hat es damit auf sich? Das spielt natürlich darauf an, dass es wie wahrscheinlich in jeder Industrie, aber gerade auch bei uns in der Branche, gerade in der Marketingbranche, viele nicht das vorleben, was sie eigentlich anderen Leuten beibringen wollen. Und ich würde niemals von einem Mentor, von einem Dienstleister, von einem Berater, wie auch immer es ist, einen Ratschlag annehmen, wo ich ganz genau sehe, dass derjenige selbst nicht nach seinen eigenen Regeln lebt. Und ich glaube, dass du immer nur das auch wirklich authentisch beibringen kannst, was du für dich selber schon implementiert hast. Und deshalb ist das ganz klare Motto, bevor wir irgendwas ausgeben, bevor wir Ratschläge geben oder irgendwas für unsere Kunden machen, machen wir alles erstmal für uns. Weil ich glaube, bei uns fängt immer alles dann. Die betreut ja und begleitet ja Menschen, die gesehen werden wollen auf LinkedIn und eine bessere Positionierung brauchen, besseres Marketing brauchen, besseres Wording brauchen. Wie bist du da hinkommen? Welche Entscheidung hast du dich dort hingebracht? Das war zum einen die Entscheidung, dass das Jurastudium doch nicht das ist, was mich langfristig so erfüllt, wie es mein jetziger Job macht. Und dann auch, um ehrlich zu sein, reine Verzweiflungstat. Weil wenn du irgendwann in der Examsvorbereitung sitzt und du denkst, ich habe da dieses Examen und ich weiß eigentlich, das ist nicht das, was ich machen möchte, das ist nicht das, was mich erfüllt, wo ich jeden Morgen aus dem Bett springe und denke, das ist es. Und dann merkst du aber, da gibt es diese andere Sache. Texten, kreativ sein und soziale Medien, das waren einfach schon immer Sachen, die mich sehr interessiert haben. Und ich glaube, hätte ich nicht diese große Not empfunden im Studium, dass ich gemerkt habe, das macht mich sogar richtig unglücklich, wäre ich wahrscheinlich niemals auf die Idee gekommen, mich in dieser anderen Richtung zu orientieren und auch mich da auszuleben und das einfach mal einzutesten. Weil Selbstständigkeit war eigentlich nie auf dem Plan für mich. Das war so weit weg. Und ich komme aus einer Familie, die ist sehr sicherheitsorientiert, öffentlicher Dienst und so weiter und so fort. Da waren alle sehr froh, dass das Töchterchen Jura macht. Und Selbstständigkeit ist dann natürlich ganz weit weg. Das heißt, eigentlich war es eine reine Zufallstat, aber jetzt rückblickend betrachtet, war es wahrscheinlich die beste Entscheidung, die ich eh getroffen habe. Okay, super interessant. Ich finde es interessant, dass Menschen, wie du es bist zum Beispiel, die sehr tatend und kräftig sind, die auch Dinge hinterfragen, oftmals sich selbstständig machen. Das sind meistens Menschen, die auch merken, als angestellte Person zum Beispiel, das passt nicht. Also auch wenn man vielleicht nicht greifen kann, was das ist, man passt da irgendwo nicht rein. Man ist nicht das Problem, man ist aber auch nicht die Lösung. Und dann denkt man sich irgendwann, okay, gut, ich probiere es mal mit meinen Stärken in der Selbstständigkeit. Wie war so die Anfangszeit für dich? Aktuell hast du ja ein Team und du expandierst. Da sprechen wir ja noch teilweise. Warst du ganz alleine am Anfang oder hattest du gleich schon ein Team gehabt? Nee, ich war am Anfang, war ich sehr alleine, auch sehr alleine mit, was machst du jetzt, wie machst du es jetzt, woher bekommst du auch das Wissen, weil gerade am Anfang wusste ich, ich muss auch in mich investieren, ich muss mir selber Mentoren suchen, ich möchte mehr lernen, ich möchte mehr Wissen mir aneignen. Und das, was du gerade angesprochen hast, dieses kritische Hinterfragen, das war genau das, was mir im Studium gefehlt hat. Da war das, dir wurde was vorgegeben, das hast du auswendig zu lernen, das hast du wiederzugeben. Aber Dinge zu hinterfragen, das wurde gar nicht gerne gesehen. Also mal auf das Rechtssystem oder Rechtsentscheidungen zu hinterfragen, das war eine schwierige Angelegenheit und das war halt einfach nicht erwünscht. Und dann hast du aber auf einmal diese wahnsinnige Freiheit, du kannst eigentlich alles machen, was du möchtest und dann stehst du vor der großen Frage, was mache ich denn eigentlich und wie mache ich es in welcher Reihenfolge? Das heißt, gerade am Anfang, wenn du alleine bist, das ist schwierig, weil du fast paralysiert bist von so vielen Möglichkeiten, diese neu gewonnene Freiheit zu nutzen. Und das ist aber auch eine ganz spannende Entwicklungsphase. Für mich war das mit die größte Persönlichkeitsentwicklung, die ich jemals durchlebt habe. Diese Phase, in der sich alles geändert hat, weil ich ganz neu denken musste, ganz neu handeln musste, ganz neue Wege beschreiten musste. Und da war ich ganz froh, dass ich da auch am Anfang diese Phase alleine hatte, weil ich glaube, sonst wäre es vielleicht leicht gewesen, sich auf andere wieder zu verlassen, sich wieder nur an anderen zu orientieren, wieder nur das anzunehmen, was einem gesagt wird und gar nicht selber für sich zu denken. Und ich glaube, dass mir das sehr gut getan hat, jetzt unternehmerisch gesprochen. Wie hast du den Sprung dann geschafft von der Position, der Phase alleine und das sind die Fragen und durchdringen und erfahren an sich, zu dem Punkt, wo du sagst, okay, das fühlt sich jetzt erfolgreich an, das läuft kontinuierlich und ich meine, das Geld kommt rein, ich muss mir nicht so viele große Sorgen machen. Ein großes Learning für mich war, du brauchst niemand anderen, der dir sagt, du bist gut darin, indem er dir ein Zertifikat für irgendwas gibt. Es gibt Menschen, die sind seit 20 Jahren am Markt, das bedeutet nicht, dass die das wahnsinnig gut machen, was sie tun. Es gibt Menschen, die haben in irgendwas mal irgendeine Art von Zertifikat bekommen, das heißt auch nicht, dass sie gut sind in der Dienstleistung, die sie abbringen. Und wenn du aus so einem universitären System kommst, dann denkst du, jemand anders muss dir die Erlaubnis geben, Dinge zu tun. Das war für mich das größte Learning, dass ich gemerkt habe, nein, das Einzige, was zählt, ist, kannst du diese Dinge so tun, wie es von deinem Gegenüber, in dem Fall von einem Kunden, erwartet wird? Kannst du das gewünschte Ergebnis liefern? Wie du dahin kommst oder was du dafür im Vorfeld dir angeeignet haben musst, ist erstmal egal, solange du dieses Ergebnis erbringen kannst. Und dieser Mindset-Shift, das war für mich extrem wichtig. Und als ich das dann verstanden habe, war das für mich einfach nur noch eine Frage, okay, wie komme ich am schnellsten zu diesen Ergebnissen? Was ist der schnellste Weg dahin? Und da war es ziemlich einfach eben Learning by Doing. Also man fängt natürlich ganz klein an und ein Motto war auch schon immer Move before you're ready. Wenn ich gesagt habe, okay, ich will nächsten Monat das machen, wie komme ich am schnellsten dahin? Ja, ich wusste, das ist das Ziel und ich habe mich da irgendwie schon committed. Dann muss ich mir jetzt überlegen, wie komme ich da hin? Und diese Entwicklungskurve ist dann einfach so wahnsinnig schnell, dass ich manchmal zurückblicke und denke, das ist einfach so passiert. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Am Anfang war das, oh Gott, die ersten Kunden und was machst du denn jetzt? Und das war einfach wahnsinnig viel. Und du warst total bemüht, das so gut wie möglich zu machen, was ja auch genau richtig ist. Aber irgendwann kommt dann eine Dynamik rein, wo du irgendwann eines Tages aufwachst und denkst, okay, sitze ich hier irgendwie mit Mitarbeitern in einem Büro und wie ist das alles passiert? Also so richtig, wie es passiert ist, kann ich dir gar nicht sagen. Aber ich glaube, das ist genau dieses Gefühl, was entsteht, wenn du richtig Spaß an der Sache hast und darin aufgehst. Ja, absolut. Ich habe auch das Gefühl, dass Unternehmer, die sehr hoch engagiert sind, wie du es von uns bist und dein Team auch, dass die Wahrnehmung zum Thema Zeit eine ganz andere ist. Also die Tage, ich habe es heute Morgen gerade auch zu meiner Frau gesagt, so richtig, ich habe das Gefühl, dass die Woche irgendwie sechs Stunden hatte. Also gefühlt so, weil einfach jeden Tag so viel zu tun ist. Und es ist okay, weil, was ist die Alternative? Jetzt im Standardleben führen und oftmals Langeweile haben, genervt sein, weil das Wetter ist nicht schön oder sonst was. Auch Unternehmer, ich habe noch nie einen Unternehmer gehört, also ich zumindest nicht, der permanent meckert über das Wetter. Also weil es ist schlecht oder etwas ist zu teuer oder das nervt. Sondern die nehmen das schon wahr, aber die selektieren, worüber sie reden wollen. Also die Kernfrage dahinter ist immer diese, was habe ich davon? Ist das auch eine Frage, die du dir stellst in deinem Business? Was habe ich davon? Ich glaube, diese Frage, was habe ich davon wahrscheinlich so in dieser Form nicht, dass sie täglich durch meinen Kopf geistert. Aber ich weiß, was du meinst. Also die Komplexität der Probleme, die du löst als Unternehmer, ist einfach wesentlich höher als die Alltagsprobleme, die dir begegnen. Also ich habe dann einfach kein Verständnis mehr dafür, wenn Menschen sich aufregen über eine Reservierung im Restaurant, die nicht richtig gelaufen ist. Oder über die Schlange im Supermarkt oder diese alltäglichen Dinge. Ich glaube, was viele Unternehmer einfach haben, ist, dass sie sich die Frage stellen, was kann ich daran ändern? Ja, also ich rege mich nur über Dinge auf, die ich ändern kann, beziehungsweise dann rege ich mich nicht auf, sondern ich schaue, dass ich einen Weg finde, wie ich es ändern kann. Und Dinge, die ich eben nicht ändern kann, wo ich keinen Einfluss drauf habe, das ist halt verschwendete Energie. Und ich glaube, dass diese Proaktivität, die Unternehmer einfach mitbringen müssen, dir ermöglicht, dass du mit ganz vielen Dingen einfach anders umgehst. Also du hast nur diese Einteilung, kann ich es ändern? Ja, okay, dann mache ich es. Kann ich es nicht ändern? Ja, okay, dann verschwende ich keine Energie darauf, weil deine Ressourcen sind begrenzt. Und du weißt, mit der Energie, die du auf das Meckern irgendwie aufbringen würdest, die könntest du auch nutzen, um wirklich komplexe Probleme für deine Mitarbeiter, für deine Kunden oder für dich selber zu lösen. Und sie ist im Zweifel da besser aufgehoben. Wie lange bist du jetzt selbstständig? Für drei Jahre. Hat sich dein Wording von vor Vorjahren bis zu heute dramatisch verändert oder einfach nur verändert? Es stimmt, weil meine Denkweise hat sich komplett geändert. Und die Worte, die du sprichst, sind ja auch einfach nur ein Spiegel deiner Gedanken. Zum einen, glaube ich, ich rede mit ganz viel mehr Fachjargon, wo ich immer versuche, wieder abzutrainieren. Aber man ist irgendwann auch in dieser eigenen Bubble drin. Und da fällt es dann einem schwer, das manchmal abzulegen. Aha, okay, jemand weiß vielleicht gar nicht, was eine Conversion ist. Ja, also das merke ich auf jeden Fall. Das hat sich definitiv verändert. Aber ich glaube auch, dass ich noch direkter auch in meiner Sprache geworden bin. Ich war vorher viel angepasster. Und jetzt ist es einfach ganz wichtig, dass du direkt kommunizierst, schnelles Feedback, Real Talk, nicht irgendwie Sugarcoding, sondern ganz unverblümt, die Dinge zu sagen, zu Kunden, zu deinen Mitarbeitern, aber auch mit dir selber diese radikale Ehrlichkeit zu haben. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was sich sogar am meisten bei mir verändert hat. Und das merkst du natürlich dann auch einfach in der Sprache. Gerade bei Frauen, glaube ich, wir sind noch mehr darauf geprimed, vielleicht ein bisschen schöner Dinge zu formulieren, ein bisschen softer, eher Dinge zu umschreiben. Wir sind ja auch an sich viel kommunikativer. Und jetzt ist es aber so, ich muss einfach on-point Dinge kommunizieren. Ich muss dir direkt sagen, was mich stört oder was ich nicht gut finde, aber genauso, was mir gefällt. Und das durfte ich auf jeden Fall lernen. Ja, schön. Was verunsichert dich im Alltag? Gibt es Dinge, die dich verunsichern im Business-Alltag? Dinge, die mich verunsichern? Kann ja eine Situation sein oder Emotionen oder ein Blick. Ja, also du weißt ja immer erst im Nachhinein, ob du die richtigen Entscheidungen getroffen hast. Ich bin definitiv ein Mensch, der alles zehnmal versucht zu durchdenken. Ich bin sehr auf der Verstandesebene. Ich bin extrem rational, aber das ist manchmal auch sehr anstrengend, weil du Dinge wieder und wieder und wieder durchdenkst. Aber du weißt ja sowieso erst einmal im Nachhinein, war das die richtige Entscheidung, die ich getroffen habe. Und da beneide ich manchmal die Menschen, die vielleicht einfach ein bisschen mehr auf ihr Bauchgefühl hören und ein bisschen intuitiver handeln können und sagen können, hey, ich habe das Gefühl, das ist gut und dann mache ich das so. Und so bin ich leider nicht. Und das ist auf jeden Fall manchmal, was mich verunsichert. Also im Endeffekt mein eigener Verstand, der durch neue Informationen, die dann reinkommen, das nochmal analysiert und guckt, kommen wir zu einem anderen Ergebnis. Und das hört halt nie auf. Das ist so ein bisschen der 24-7-Affe, der da in deinem Kopf sitzt und immer nach neuen Informationen giert. Das ist vielleicht so ein bisschen das, was mich verunsichert. Aber ich stehe hinter allen Dingen, die ich mache. Also dieses Gefühl der Verunsicherung, das hatte ich am Anfang bei vielen Sachen. Mittlerweile muss ich aber auch sagen, durch die Erfahrungen, die man sammelt, habe ich jetzt nicht mehr das Gefühl, dass ich wahnsinnig fatale Entscheidungen treffen könnte, weil diese ganz großen Entscheidungen, die gibt es so ohne weiteres nicht mehr, sondern es ist ja eher ein Step-by-Step-by-Step. Also du hangelst dich von einem Ass zum nächsten. Und da bin ich mir in den meisten Fällen ziemlich sicher bei dem, was ich tue. Und klar, Fehler passieren. Aber auch die Gelassenheit zu haben, zu sagen, das gehört dazu, das verunsichert mich nicht in meiner Person als Unternehmerin. Ja, ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Novo-Wissenschaftler und da ging es um das Thema Kopf- und Bauchgefühl. Deswegen muss ich gerade ein bisschen stolzern, aber letztendlich, also er sagte halt auch, alle Menschen, die sagen, ja, ich höre immer auf dem Bauchgefühl, sagen, das ist Quatsch. Also das ist halt, also wissenschaftlicher Quatsch. Weil letztendlich wird das immer hier oben getroffen. Es ist in der Kombi, es verbindet sich, das ist klar. Bauchgefühl, Thema Angst oder Ähnliches. Ähnliches oder Sorgen. Das fängt nicht da an, aber es geht da ganz stark, ganz kurz rein und wird dann wieder nach oben geschossen. Und das finde ich ja super interessant, weil letztendlich ist die Menschen, die sagen, ah, ich bin Kopf-Mensch, ah, ich bin Bauch-Mensch und verneinen immer die andere Seite. Na, ich bin kein Bauch-Mensch, ich bin kein Kopf-Mensch. Oh, hör auf, Kopf-Mensch. Oh Gott, den kann ich gar nicht. Wo ich denke mir, wir sind alle alles. Ja, also der eine hat ein bisschen mehr den Anteil, der andere hat ein bisschen mehr den unteren Anteil im Bauch oder wie auch immer. Ja, das gehört immer alles zusammen. Letztendlich, faktisch, du wirst immer hier entschieden. Immer. Manche wollen es nicht hören, weil sie den Kopf als nicht positiv abgesteuchert haben. Mhm. Das ist halt interessant. Wie kommst du zum Abscheiden, wenn du permanent on fire bist? Ja, bevor ich mal ganz stark rausgehe. Ja. Wie schaltest du abends ab? Ist es dein Partner, deine Partnerin, deine Eltern, dein Hund, deine Katze, Feuer im Kamin oder Spaziergang? Das ist eine gute Frage und das ist eine Frage, die ich mir in den letzten drei Jahren sehr, sehr oft gestellt habe und auch verschiedenste Dinge ausprobiert habe. Und ich habe eine lange Zeit gedacht, ich muss krampfhaft abschalten. Es gibt den Punkt abends, wo ich nicht mehr ans Business denken darf, wo ich nicht mehr mir Gedanken machen darf. Dann habe ich versucht, krampfhaft meinen Kopf auszuschalten und du musst jetzt das machen und das machen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so bist du aber gar nicht. Mir macht das Spaß und abschalten für mich bedeutet was ganz anderes, als es vielleicht für einen Angestellten bedeutet, der einfach seinen Job hasst. Und ich muss mich dann nicht nach dem richten, was vielleicht ein Großteil der Bevölkerung als gut empfindet, auch das ganze Thema Work-Life-Balance. Wie oft wird mir gesagt, arbeite doch weniger, du kannst doch nicht am Wochenende arbeiten. Warum stehst du denn samstags um sechs Uhr auf? All diese Sachen. Und da habe ich für mich einfach gelernt, ich muss das nicht annehmen, sondern ich mache das, was sich für mich richtig anfühlt. Also ich versuche nicht mehr krampfhaft, dem Abschalten hinterherzulaufen. Was für mich auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass ich einen körperlichen Ausgleich habe. Also Sport ist ein wichtiges Thema. Ich mache Kickboxen. Das ist zum Beispiel eine Sache, wo du einfach sehr fokussiert sein musst im Moment. Das heißt, da kann ich wirklich auch mental sehr, sehr gut abschalten. Meditation ist so eine Sache. Aber ich habe da nicht so ein Regime, wo ich denke, das musst du jetzt jeden Abend machen und dann 19 Uhr ist dann Schluss. Sondern ich habe einfach gemerkt, mach die Dinge, die sich gut anfühlen. Und solange du im Einklang mit dir selber bist, brauch dieses Abschalten nicht, weil ich kein Leben habe, von dem ich unbedingt abschalten muss. Weil bei mir gibt es keine Work-Life-Separation, sondern das ist eine Work-Life-Integration. Es geht fließend ineinander über und ich liebe das. Schön, dass du das so erklärst, weil diese Work-Life-Balance völliger Quatsch ist. Also gestern hatte ich jetzt auch das Gespräch oder vorgestern, dass du sprichst genau, was jetzt in Work-Life-Balance läuft. Du hast einmal die Arbeit und du hast einmal das Leben, als wenn Arbeit kein Leben sein kann, das ist auch wieder plüger Quatsch. Und Balance heißt dann ja, du bist weder noch bei beidem, also ein von beidem, sondern du bist in der Mitte. Und dann bist du ständig am Austarieren. Also du bist immer irgendwie 50-50, wie so ein schwankendes Schiff, einmal da ein bisschen, einmal da ein bisschen. Aber das Schlüssel wurde es halt ein bisschen. Ja. Du bist bei der Arbeit, dann machst du deine Arbeit. Dann bist du zu Hause, also Family oder was auch immer, dann bist du da. Du gehst erst in, dann bist du beim ersten. Sprichst du mit jemandem. Du kannst auch nicht ständig diese Balance aufrechterhalten. Wenn ich jetzt mit dir das Interview hier führe und nebenbei mich um mein Kind kümmere, das ist Balance. Das ist so, ja, ja, übrigens, ich wollte noch eine Frage stellen. Warte mal ganz kurz. Das funktioniert nicht. Und klar, es funktioniert für die meisten Menschen, dass ich das anzuhöne, sagen, oh ja, ich brauche eine Work-Life-Balance, weil das in deren Alltag, in deren Denkmuster reinpasst. Für die ist es schlüssig. Ja, die führen ein anderes Leben, die sehen das Leben auch vielleicht ein bisschen anders. Unternehmer, unternehmen ja ständig etwas, dann sind in etwas drin, können gar nicht balancieren. Also Work-Life-Integration, finde ich super, hört sich auch gut an. Und auch so, wie du es erklärst, finde ich es auch sehr schlüssig. Wie sieht denn Alltag so aus? Du breicherst ja, also auch einer der Gründe, warum wir dich angeschrieben haben, ist ja einmal, das ist charismatische, also authentische. sage ich, hallo, wir nehmen es jeden hier ein, sondern gucken, es ist charismatisch, authentisch und beruflich, und darum geht es, aber auch für die Gründe hinaus, dass du, schräg, schräg, dir, das Leben anderer bereichert, beruflich. Das ist, also ihr habt den Impact auf Menschen, nicht nur beruflich, weil die wachsen hier beruflich und wachsen menschlich, weil sie merken, ach, ich bin mutiger geworden, ach, ich verstehe die Komplexität und bin dadurch souveräner und gelassener. Jeder, das auch auf den Schirm und wenn ja, was macht das mit dir, mit euch, vielleicht weißt du ja auch, was es mit den Kollegen macht, weil ich finde das, ich finde das schon crazy, was man für eine Auswirkung hat, weil man nicht weiß, was es noch mit sich bringt. Positiv. Absolut. Das ist so etwas, was mir erst im Laufe der Zeit bewusst geworden ist, ist es nicht nur der Impact auf das Business, dass wir für mehr Kunden sorgen, für mehr Sichtbarkeit, sondern es sind ganz oft auch die Nuancen dazwischen. Wenn vor mir jemand sitzt und sagt, meine Frau hat zu mir gesagt, ich bin selbstbewusster geworden, ich strahle mehr, ich komme nach Hause, ich bin gelassener, weil ich weiß, das Business läuft super und meine Mitarbeiter schmeißen das, dann ist das für mich fast noch wertvoller, weil das sind teilweise Dinge, denen Menschen so lange, jahrelang hinterherlaufen. Und wenn du dann merkst, dass du deinen Teil dazu beitragen kannst, dass sie an den Punkt kommen, dann ist das wahnsinnig bereichernd, auch für mich selbst. Oder eine Sache, die ich auch immer wieder höre, ist, hey, durch die Arbeit mit euch ist mir erst bewusst geworden, wie wertvoll meine eigene Dienstleistung eigentlich ist. Denn im Marketing, um an diese wirklich wichtigen Botschaften zu kommen, musst du das ja einmal komplett auseinandernehmen und die ganze Argumentationskette einmal aufbauen, sowohl für Marketing als auch für Sales. und durch diese Arbeit daran, da merkst du erst, dass viele auch Einwände bei sich selber haben. Und wenn du versuchst, Einwände von Interessenten zum Beispiel zu lösen für deine Kunden, dann löst du sie ganz oft eben nicht nur für die Zielgruppe von ihnen, sondern auch bei ihnen selber. Und dann kommen richtige Aha-Momente und dann sitzen sie vor dir und sagen, das ist ja unglaublich, was ich eigentlich für meine Kunden mache. Das ist mir jetzt erst bewusst geworden. Und das ist so wahnsinnig schön und das ist eben auch der Teil der Arbeit, wo man sagen kann, ja, da steckt wirklich Passion dahinter. Und das ist jetzt nicht nur so eine abgedroschene Phase, wo man sagt, ja, ich mache meinen Job mit Leidenschaft, sondern das ist wirklich das, wo dir das Herz aufgeht und wo du dann abends auch noch drüber nachdenkst beim Abschalten, in Anführungszeichen. Das sind die Momente, an die du dich zurückerinnerst, weil es einfach auf menschlicher Ebene dich auch sehr verbindet eben mit den Kunden. Ja, gleichzeitig brauchst du ja nebenbei so ein großes Netzwerk auf. Also das ist ja so ein kleiner, guter Nebeneffekt. Ja. Auf eurer Website steht auch etwas über konstant hochwertige Kundenanfragen. Also würdest du für mich und für die Zuschauer einfach mal definieren, was für dich konstant hochwertige Kundenanfragen sind? Mhm. Jeder von uns hat einen bestimmten Kundentypus im Kopf. Wenn ich jetzt sage, stell dir mal vor, es kommt ein Fee zu dir und du kannst dir jetzt vorstellen oder wünschen, mit welcher Art von Kunde du zusammenarbeiten möchtest, dann haben wir alle verschiedene Kriterien. Das kann ganz im Außen sein, wenn wir über solche Themen sprechen, solche Hard Facts wie Umsatz, Mitarbeiter, Größe des Unternehmens, Branche. Aber es kann eben auch das Menschliche sein. Möchte ich mit blaustrukturierten Menschen zusammenarbeiten? Möchte ich mit sehr empathischen Menschen zusammenarbeiten? Menschen mit direkter Kommunikation? Und je mehr wir mit diesen Kunden zusammenarbeiten, die richtig gut zu uns passen, wo es einfach so ein 100%-Match gibt für beide Seiten, desto besser sind die Ergebnisse, die auch daraus entstehen. Das merke ich bei mir selber. Und wir sind da mittlerweile extrem hart geworden in unserem Selektionsprozess. Das heißt, wir verfahren wirklich nach dem Credo, einmal einen falschen Kunden anzunehmen, hat eine viel schlimmere Auswirkung für ein Unternehmen, als vielleicht dreimal einen guten Kunden abzulehnen. Und das ist eben das, was ich immer wieder von Unternehmern höre, die sagen, ich habe Kunden, aber ich möchte andere Kunden, weil die Zusammenarbeit macht mir eigentlich keinen Spaß und das ist nicht der Grund, warum ich mich für die Selbstständigkeit entschieden habe. Sondern ich möchte die Freiheit haben, zu entscheiden, mit wem ich zusammenarbeiten kann. Ich möchte zusammenarbeiten, die mir wirklich Spaß machen. Und das sind für mich hochwertige Kunden. Das sind die Kunden, wo du sagst, it's a hell yes. Ja, und da steht man ganz anders morgens auf. Absolut. Dann brauchst du auch keine Work-Life-Banin zu. Ja, genau, ich kriege auf jeden Fall. Ich habe gelesen, auch auf eurer Seite, ich glaube, das war auch bezogen auf LinkedIn, drei neue Mitglieder loggen sich pro Sekunde ein. Ist das von euch oder ist das eine Statistik von LinkedIn oder Statista.com oder von wo ist das? Das ist eine Statistik von LinkedIn, die ist tatsächlich auch schon ein paar Jahre alt. Das hat die Plattform selbst herausgegeben, wenn man das mal umrechnet, dass so eine mittelgroße deutsche Stadt wie Aachen, die so jeden Tag an Mitgliedern dazukommt. Also es ist wirklich unglaublich. Und jetzt mittlerweile, also dadurch, dass diese Statistik ja schon ein paar Jahre alt ist, kann man davon ausgehen, dass das Wachstum sogar noch rasanter ist durch die Entwicklung, die wir aktuell haben. Wir haben jetzt vor kurzem die eine Milliarde Mitglieder auf LinkedIn geknackt. Also das Ding wird größer und größer und größer. Ja, vor allem sehr, sehr quantitativ, muss ich sagen. Obwohl gestern hatte ich, gestern Nacht hatte ich ein Video angeschaut von leider Jan Bömermann. Also leider, deswegen war das natürlich komplett auseinander, wenn man das Ding um LinkedIn. Super interessant, noch ein bisschen funny so, aber letztendlich auch ein bisschen in den Dreck gezogen worden ist. Aber ich muss sagen, LinkedIn ist im Kontext zu allen anderen Plattformen zu Sing, was ich hier gar nicht anfasse, nicht mal mit der Pinsette, und Instagram und Facebook oder Meta ist das für mich das Kronjubel. Manchmal kommen Menschen und sagen, oh, diese Menschen, die immer so schlecht kommentieren müssen und ich denke, wow, okay, noch nie erlebt, noch nie erlebt. Klar gibt es diese Menschen. Bereitest du oder bereitet ihr eure Kunden auch auf solche Menschen vor? also auf, jetzt nicht Shitstorm, gar nicht diese Extreme, sondern einfach, dass die das Produkt A, nicht verstehen oder nicht gut finden oder die Service-Dienstleistung, die gut finden, nicht verstehen, aber total ablehnen. Bedingt ihr denen das auch frei, wie man damit umgeht? Absolut. Und ich sage immer, das ist was Positives. Wenn ihr einen Kommentar habt von jemandem, der sagt, ich kann mich damit nicht identifizieren oder ich stehe dem skeptisch gegenüber oder ich verstehe es nicht, dann ist das nichts Negatives. Und das kommt daher, dass wir alle immer so geprimed sind, dass wir allen gefallen wollen und diese Angst vor sozialer Ablehnung ist ja auch tief evolutionär in uns verankert. Aber im Marketing brauchst du nicht nur Marketing, wo du damit dafür sorgst, dass du Menschen anziehst, sondern du brauchst auch Demarketing. Du musst auch immer Menschen abstoßen, sonst bist du viel zu glatt, du brauchst Ecken und Kanten. Und gerade die Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben eigentlich immer einen Wunsch, wenn wir über die perfekte Zielgruppe sprechen, dann sind das immer kauf- und entscheidungsfreudige Menschen. Die wollen wir eigentlich alle haben, und das ist eine ideale Zielgruppe für uns. Aber um dieses Publikum zu erreichen, musst du auch bereit sein, Kommentare von Menschen in Kauf zu nehmen, die nicht zu dieser Gruppe gehören. Weil um diese Menschen zu erreichen, musst du sehr direkt sein, auch mit deinen Botschaften, denn diese Menschen, die musst du nicht mit Samthandschuhen anfassen. Menschen, die kauf- und entscheidungsfreudig sind, die haben Rückgrat, die kommen damit klar, wenn du denen auch harte Wahrheiten sagst. Und das musst du eben auch dann in deinem Außenauftritt machen. Und dann hast du immer mal wieder Leute dabei, die eben nicht zu dieser Gruppe gehören, die dann da einen Kommentar drunter schreiben. Und das ist ein ganz normaler Prozess. Und ich sage immer herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Hate-Kommentar in Anführungszeichen. Das ist ja kein richtiger Hate, wenn ich dann mal solche Screenshots geschickt bekomme. Und dann sage ich immer, das zeigt einfach nur, dass es funktioniert, dass du eine bestimmte Art von Menschen ansprichst und andere dafür abstürzt. Aber das ist einfach der ultimative Preis, den du dafür zahlen musst. Ja, definitiv. Ich meine, das ist in der normalen Welt auch so. Also wenn man jetzt irgendwie in der Kasse steht, in der Schlange steht und einer nervt von hinten und du sagst, ich kann es ein bisschen Abstand halten oder ein paar Mal müssen runter, das ist dein Problem. Und schon geht es los, weil man einfach verschiedene Perspektiven hat, verschiedene Werte erlebt und auslebt auch. Und ja, gerade das Folie-Schmiede trauen sich natürlich mehr Leute, was rauszuhauen, weil einfach keine Nahbarkeit da ist. Da kann man einfach was rauswerfen, was passiert, wie ich finde. Also von dem die Hate-Kommentare raus. Das stimmt, obwohl ich sagen muss, dass ich auch finde auf LinkedIn, dass das sich so in Grenzen hält, weil die meisten Leute mit ihrem Klarnamen auftreten. Du kannst sehen, bei wem sie arbeiten oder die Kollegen kontaktieren. Da halten sich die meisten Menschen schon zurück. Wenn ich mal virale Beiträge habe, auch die vielleicht ein bisschen provokanter sind, dann bekomme ich auch durchaus unqualifizierte Kommentare darunter. Aber wenn ich mir dann angucke, von wem kommen diese Kommentare, dann sind das nie von Menschen, die ich eigentlich mit meinem Content ansprechen möchte. Und das fällt dann für mich absolut in die Kategorie, ist mir vollkommen egal, weil dafür mache ich es nicht. Ja, du triffst für dich die immer besseren Entscheidungen. Also auch die Frage, also jetzt nochmal von vorhin, was habe ich davon, wenn ich jetzt auf das Kommentar eingehe und mich rechtfertige, auch die Systeme rechtfertigen an sich oder auch die Systeme, warum versteht er sie das nicht, was ich gepostet habe, muss sie doch gar nicht. Ja. Das ist, wie du schon sagst, die Person ist dann einfach nicht deine Zielgruppe, und will es per se auch gar nicht, vielleicht will die Person auch Streit vom Zaun brechen oder was auch immer dahinter stehen mag und man ist, wir sind alle keine Götter, wir müssen es nicht verstehen, können aber vielleicht mal nachhaken, so hey, wie meinst du das ganz genau im Detail, damit ich dich besser verstehen kann. ja, ach, ist doch eher alles Quatsch, also okay, so eine Person ist das, alles klar, dann, ich wünsche dir noch einen schönen Teil. Dingen geht ja auch irgendwann die Luft aus, wenn man darauf reagiert, ist es halt Quatsch. Was bedeutet für dich Planbarkeit und Struktur im Business? Ich bin sehr blau strukturell, das heißt, für mich bedeutet das alles. Ich bin sehr analytisch, ich bin sehr strukturverliebt, das heißt, ich brauche das für mich persönlich, aber natürlich auch, je mehr Menschen zu einem Unternehmen dazukommen, desto wichtiger ist es, Planbarkeit und Strukturen zu haben, denn wenn du nur du selbst bist und nur du selbst bist involviert, dann kannst du das alles mit dir irgendwie selber ausmachen, aber du brauchst bei einer Organisation, wo da irgendwann zwei, drei, vier, fünf, sechs, zehn, zwanzig Menschen da sind, brauchst du einfach gewisse Strukturen, die schon Abläufe vorgeben und nichts anderes ist es eben auch bei der Kundengewinnung, die der Wunsch nach Planbarkeit und nach Struktur, den haben ganz viele Unternehmer, weil vieles passiert on the go und in jedem Monat steht der Tacho irgendwie wieder auf null und du musst dich wieder darum kümmern, wie, was passiert diesen Monat und wenn du Abläufe hast, wo du einfach weißt, es passiert immer, X und Y kommt dabei raus, dann gibt dir das extrem viel Seelenfrieden, weil das ein Tab ist, den du in deinem Kopf einfach schließen kannst, weil du weißt, da ist ein System, das wurde einmal gebaut oder ein Prozess, der wurde aufgesetzt und das funktioniert einfach und das kannst du auf alles im Business übertragen und gerade für Menschen wie mich, die einfach sehr blau strukturiert sind, ist das unfassbar wichtig, weil die verloren gehen und unglücklich werden, wenn sie diese Strukturen einfach nicht haben und genau das versuchen wir eben bei unseren Kunden auch, denen das mitzugeben, hey, du brauchst einen Prozess, den du wiederholen kannst und wo du einfach weißt, dass er funktioniert, damit es nicht jedes Mal auf so einen Kopf schmerzt ist. Okay, ich bin jetzt mal dein potenzieller neue Kunde und ich sage, ich bin aber so ein Bauchgefühlsmensch, Strukturen, ah, das riecht mir so schwer, wie gehst du damit um, wenn jetzt Menschen kommen, also ich meine, klar, man kann sagen, gut, dann wird das halt echt, dann wird vielleicht ein bisschen kurz gegriffen. Ich glaube, es gibt Menschen, die fühlen, dass Struktur, Selbstdisziplin, Selbstverantwortung und so weiter wichtig sind und Strategien aber der Glaube an dieses, ich bin so ein Bauchgefühl, Mensch, dich führe darauf, dass sie hadern, sie wissen nicht mehr, wohin hast du auch solche mal gehabt oder wenn ja, wie gehst du damit um? Habe ich und daraus sind auch ganz harte Disqualifizierungsmerkmale bei uns entstanden, weil ich einfach gemerkt habe, dass es unglaublich anstrengend ist, du kannst jemanden nicht zum Erfolg zwingen, wenn er das selber nicht möchte und es gibt gewisse Parameter, die müssen wir einfach akzeptieren, das sind die Spielregeln, die gehören einfach dazu und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte LinkedIn machen, um mich kreativ auszuleben, sage ich, das ist vollkommen fein, aber dann suchst du wahrscheinlich was anderes als das, was wir unseren Kunden bieten und wenn du sagst, ich höre nur auf mein Bauchgefühl und wir sind zum Beispiel sehr zahlen- und datengetrieben, was unfassbar wichtig ist, um wirklich KPI-basierte Entscheidungen zu treffen im Marketing, dann wird das einfach ein extremes Mismatch sein und da kann ich schon absehen, okay, das funktioniert nicht. Es gibt allerdings dann auch die Menschen, die das Gefühl haben, Strukturen, feste Strukturen machen mich unfrei. Das ist was, was mir Freiheit nimmt und dann kann man natürlich immer den Versuch fragen, um zwei Gründe, woher kommt das denn, weil viele kennen das aus dem Schulsystem, wo sie in irgendwelche Strukturen gezwängt wurden und da müssen wir nicht drüber reden, dass das Schulsystem in Deutschland ist einfach absolut veraltet und gehört meiner Meinung nach komplett revolutioniert, weil da einfach so viele Schwächen drin sind und wenn du es nicht anders kennst, dann kannst du vielleicht zu dem Entschluss kommen, Strukturen machen mich unfrei und wenn man das dann immer auflöst und von der anderen Seite kommt und sagt, was ist denn dein eigentliches Ziel und dann zurückgeht und sagt, okay, du hast dieses Ziel, aber um dieses Ziel zu erreichen, musst du A, B und C in der richtigen Reihenfolge zum richtigen Zeitpunkt tun. Verstehst du das? Okay, alles klar. Dann brauchst du diese Prozesse dafür und die musst du immer wiederholen. Verstehst du das? Irgendwann kommen sie dann an den Punkt, dass sie sagen, ah, okay, Strukturen können mir also helfen, mein Ziel zu erreichen. Das ist halt immer eine Sache der Perspektive und es gibt Menschen, die nehmen das dann sehr schnell auf und dann ist das auch eine wunderbare Grundlage für eine Zusammenarbeit. Wenn es aber immer noch Menschen gibt, die dann sagen, nein, das verstehe ich nicht und das möchte ich auch für mich einfach nicht haben, dann muss man einfach an der Stelle sagen, will ich zu dir sagen, Nina Patrick, es tut mir leid, aber ich glaube, das war uns ein Pass, welches empfehle ich gerne weiter. Ihr kriegt keine Google-Bewertung von mir und wenn dann nur mehr schlecht ist. Nein. Ja gut, damit muss man, oder darf man einfach leben und auch lernen damit zu leben, dass es solche Menschen gibt, also auf meiner Seite gab es ja sowas aufschauen, ja, für die Quatschstrasse, dann machst du es, okay, erklär mal, warum ist denn das Quatsch? Ja. Ja, weil so und so, und dann geht man, desto mehr man ins Detail kommt, desto mehr widerspricht sich die eigentliche Person oder die Person sich selbst. Und das ist auch, okay, ich möchte auch nochmal was aufgreifen, was man nicht missverstehen sollte, nur weil ihr datendriven seid, also data-driven seid und also zahlengetrieben seid, heißt das ja nicht, dass ihr keine Appetit habt. Also, das ist ja so, ah, diese Kopfmenschen, ja, zahlenlastig, oh Gott, das ist wahrscheinlich total anstrengend. Nein, das kann man auch. Also, ja, klar, gibt es, aber ich glaube eher, und so wie ich dich jetzt, also ich kenne dich jetzt nicht wirklich, aber so kennengelernt habe ein bisschen, ist da viel Empathie, da ist viel Enthusiasmus drin, da ist viel Freude drin, klar, da ist viel Planung, Struktur und Knowledge drin, aber das heißt ja nicht, dass ihr unnahbar seid, vom Gefühl her. Ja, und das, das finde ich, ist manchmal bei vielen Menschen zu kurz gegriffen, dass man einfach labelt, ah, Bianca ist so und so, kann ich nicht mit. Hast du sie kennengelernt, hast du mal Fragen gestellt? Ne, muss ich ja nicht. Ach, okay, gut, dann hast du dein Label schon gebrandet, alles klar, dann lass sie aber auch in Ruhe. ja, also dann geht dein Weg, und gut ist, und ich finde manchmal, wir sind in einer Zeit angekommen, wo wir zu sehr, wie ist das, wie gesagt, Sugarcoding, rauswerfen. Ich hole es nicht, das Genderding raus, aber wo wir einfach immer so, wir müssen extrem politisch korrekt miteinander reden, dass wir ja nicht anecken, und das hast du ja schon erwähnt, anecken ist auf jeden Fall wunderbar, jetzt nicht künstlich, aber wenn man vom Charakter so ist, dann ist das halt so, und das passt dann auch. Und wenn dann jemand etwas nicht toll findet, oder was auch immer, dann ist das völlig okay, wenn man aneckt, ist das völlig okay. Aber allen dann nach dem Mund zu reden, macht einen ja auch selbst unglücklich. Ja, das funktioniert einfach nicht. Und ich weiß nicht, hast du mehr weibliche Kunden, oder ihr, oder mehr männlich, oder mischt sich das, was das tut? Wir haben mehr männliche Kunden, einfach weil statistisch gesehen, gibt es mehr Männer, die Unternehmer sind, als Frauen, die in der Unternehmerwelt zu Hause sind. Und gerade, sage ich mal, in den eher konservativen Branchen, hast du einfach nach wie vor, gerade im Mittelstand, mehr Männer, die dort zu Hause sind. Und das ist einfach so. Es kommen auch immer mehr Frauen dazu, und ich freue mich jedes Mal, wenn wir Frauen onboarden, die ja auch eine erfolgreiche Selbstständigkeit haben, und die den Schritt gewagt haben, und finde es auch immer wahnsinnig spannend, dann die Geschichten dahinter zu hören. Aber es gibt doch große Unterschiede, auch in der Zusammenarbeit mit Männern und mit Frauen. Also das muss man schon sagen, das ist ein Unterschied, aber ich freue mich auch, dass wir einfach beides haben, weil man von beidem unglaublich viel mitnehmen kann, aber statistisch nach wie vor einfach mehr Männer. Welche Unterschiede gibt es, Anna? Kommunikation ist eine Sache. Ich kann sehr viel direkter mit Männern sein. Es geht viel schneller hin und her, dieses mentales Pingpong, nenne ich das immer. Man kann sehr unverblümt sein. Ich muss mir nicht überlegen, wie verpacke ich es jetzt, dass es nicht missverstanden werden konnte. Und andersrum eben auch. Also ich bekomme auch sehr direktes Feedback und sehr direkte Kommunikation von Männern. Und ich persönlich begrüße das. Ich finde das super. Also dieser klassische Real Talk, habe ich das Gefühl, das funktioniert sehr, sehr gut. Bei Frauen auf der anderen Seite lerne ich viel mehr auch über das Gefühlsleben. Da bekomme ich viel mehr mit, wie fühlt sich jemand dabei, wenn er diesen Prozess durchläuft? Wie fühlt sich jemand dabei, wenn das passiert? Das ist für mich im Marketing auch unwahrscheinlich wertvoll. Also gerade im Marketing über die Gefühlswelt deiner Zielgruppe zu erfahren, sind wahnsinnig relevante Botschaften, die dabei rumkommen. Also unglaublich wertvoll, auch den Teil mitzuerleben. Aber ich glaube, es funktioniert beides sehr gut, aber auf eine andere Art und Weise. Und auch sich selber dann anzupassen an dein Gegenüber, ist für dich selber einfach wunderbar, ohne dabei die eigene Persönlichkeit zu verlieren. Aber es ist eine großartige Übung, um mit den verschiedenen Menschentypen auch klarzukommen. Ja, interessant. Ich kann es nur zu 100 Prozent so bestätigen. Also das Thema Männer und Frauen, da gibt es auch kein schlechter oder besser, sondern das ist, wie es ist. Ja, absolut. Das finde ich super, super spannend. Bei euch steht ja auch etwas über A-Kunden. Als ich mir das notieren wollte, hatte ich witzigerweise geschrieben, A-Klasse-Kunden. Warum auch immer, wahrscheinlich immer 10 ist, aber was sind bei euch die A-Kunden? Das sind diese hochkarätigen Kunden, von denen ich dir gerade erzählt habe. Das sind die Kunden, wo du sagst, da habe ich richtig, richtig Lust, mit denen zu arbeiten. Das sind Menschen, die sind proaktiv. Das heißt, die übernehmen Selbstverantwortung. Die wissen alles, was in ihrem Leben ist. Tolerieren sie entweder oder haben sie selbst kreiert. Eins von den beiden. Und die übernehmen Verantwortung, die gehen nach vorne. Das sind Menschen, die haben schon ein sehr gutes Mindset. Der Begriff ist ein bisschen abgenutzt, aber die sind einfach in einem sehr guten State jeden Tag. Die versetzen sich selber in diesen State. Die haben Lust, was zu bewegen. Und diese Energie, diesen Enthusiasmus, den merkst du bei einer Zusammenarbeit. Und das ist viel, viel, viel wichtiger auch, wenn ich gucke, wer hat wirklich welches Potenzial auch, dann sind solche Faktoren für mich unglaublich wichtig. Denn jemand, der einfach ein gutes Mindset hat und vielleicht aber noch nicht so weit ist in seiner unternehmerischen Reise, kann aber in kurzer Zeit sehr viel weiterkommen, als jemand, der schon seit 20 Jahren am Markt ist, aber sich seitdem einfach nicht mehr verändert hat. Und das sind zum Beispiel Dinge, auf die ich sehr achte. Das sind auch Menschen, mit denen man menschlich Werte teilt. Also die ähnliche Werte haben wie wir. Wir sind zwar in einer sehr modernen, wir sind ja in der digitalen Welt zu Hause. Das heißt, wir sind in einer sehr modernen Branche unterwegs. Ich würde aber sagen, dass wir für eine Agentur, die ausschließlich digital arbeitet, sehr konservativ noch sind in unseren Werten. Und das habe ich sicherlich auch viel mit reingebracht. Ich kenne das auch von zu Hause noch viel. Aber ich mag das dann auch, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ähnlich sind. Also solche Sachen wie, dass ein Handschlag noch zählt, diese Handschlag-Mentalität dahinter, solche Geschichten. Oder das, was vielleicht viele spießig finden, so kleine Höflichkeiten oder Manieren oder so. Das ist mir wahnsinnig wichtig. Und das sind Sachen, wo ich sage, das sind für mich persönlich, sind das eben A-Kunden. Lustig. Ich bin komplett fein damit. Also gerade in der heutigen Zeit, finde ich, kommt das auch alles zu kurz. Also wirklich Manieren haben, Benehmen haben, Diskretion. Absolut. Das ist ein Riesenthema, glaube ich. Ja. Und sehr selten. Also wenn jemand fragt, mich jemand fragen würde, ja, wie ist ein Bianca Kollwitzer? Warum willst du es wissen? Mhm. Und vor allem, was genau willst du wissen? Was steht dahinter? Was hast du vor? Ja. Bevor ich dir überhaupt irgendwas brauchst, okay, ja, hast du eine Handynummer? Weiß ich nicht. Ja. Wofür brauchst du sie? Also komm doch erst mal um die Ecke, was du wirklich willst. Ja. Und vor allem auch dann, also ich habe jetzt deine Handynummer nicht, aber dann will ich erst mal dich anfragen. Ja. Sagst du, hey, pass auf, XY habe ich angeschrieben und angesprochen und der will mit dir über A, B, C reden. Passt dir das? Auch da musst du gar nicht ja und nein sagen. Dann würdest du wahrscheinlich, ich gehe mal von aus, erst mal gucken, wer ist denn das überhaupt? Ist er bei LinkedIn oder sie? Und schauen, wie du hast. Ja, nein. Und dann eine Entscheidung fällen. Oder eben halt sagst du, ja, du, ne, die Person kann ich bei LinkedIn anschreiben oder sehen wir weiter. Also Diskretion ist auch ein Punkt, der wirklich wichtig ist. Aber gewisse Fragen, also eine Haltung finde ich sehr interessant, gewisse Fragen gar nicht zu antworten. Mhm. Da gehe ich nicht mehr. Ja. Jetzt mal ganz unterstes Niveau oder Level angesprochen. Irgendwann meinte mal, guck dir mal die Frau an, die Handtasche passt doch gar nicht zu den Schuhen. Und ich denke, ernst? Wollen wir jetzt darüber sprechen? Oder ist es jetzt nur so eine Randbemerkung? Ja, aber es geht gar nicht. Und ich denke, okay, erst gleich bin ich raus. Also nichts für mich. Ja, oder wie schlecht ist der Angestellte bei der Firma von Bianca Kolbe? Darüber diskutiere ich nicht. Das interessiert mich nicht. Wenn das ein Thema von Bianca ist und sie braucht Support und sie würde mich anschreiben, dann würde ich mich mit ihr darüber austauschen und sagen, was dir auffällt. Aber ja, oder ist es wenn du trafierst, was passiert, was du dir gekriegt hast. Niemand will dich ausnehmen, der darfst du dich kommunizieren. Aber ansonsten bin ich da komplett raus und diskutiere mich mit jemandem Dritten darüber. Ja. Ja, und das finde ich auch enorm wichtig. Was bedeutet für dich im Business die Unabhängigkeit? Unabhängigkeit. Also was ist Unabhängigkeit für dich im Business? Weil du hast ja auch davon gesprochen, die expandiert. und du willst dich vielleicht so ein bisschen mehr rausnehmen oder wie sieht das aus zu dir? Ja, Unabhängigkeit ist ein großes Thema. Also ich bin von meinem Persönlichkeitstypus, kennst du die Sixteen Personalities? Bestimmt. Ja, genau. Da bin ich Architektin und für Architekten ist Unabhängigkeit sehr, sehr, sehr wichtig. Und das habe ich in jedem Lebensbereich bei mir. Und für mich ist die Unabhängigkeit aktuell auf jeden Fall, dass ich genau diese Entscheidung treffen kann, mit wem möchte ich zusammenarbeiten und dass ich selber gestalten kann, wie sieht die Zukunft dieses Unternehmens aus? Dass ich die Freiheit habe auch zu sagen, wir gehen in die Richtung und wir machen das und wir verändern uns so. Das ist für mich schon wahnsinnig viel Unabhängigkeit. Gleichzeitig ist es auch so, dass ich mich am Anfang ja sehr bewusst dafür entschieden habe, das über meine Personenmarke aufzubauen. Das war auch genau die richtige Entscheidung. Und jetzt bin ich aber mittlerweile auch an einem Punkt, wo ich sage, okay, ich möchte ein Fundament bauen, wo auch mehrere Personenmarken drunter existieren können. Ich möchte nicht nur, dass ich diejenige bin, sondern ich möchte auch lieber am Unternehmen arbeiten. Ich möchte mehr auf der strategischen Seite noch mehr arbeiten. Und dafür muss man einfach ein Fundament schaffen, wo auch andere Leute dazukommen können, die mit dir deine Vision eigentlich aufbauen. Und da wird es bei uns nächstes Jahr auf jeden Fall ein sehr spannendes Rebranding geben, um das Ganze so zu ermöglichen. Da habe ich mich zu einem großen Schritt entschieden und freue mich da schon sehr darauf, weil ich glaube, dass das der Grundstein wird für die nächsten Jahre und fühle mich da wahnsinnig gut mit der Entscheidung, die wir da getroffen haben. Du machst sehr viel. Nicht zu viel. Du machst das, was in deinen Rahmen anscheinend passt. Und ich finde das sehr spannend, wie engagiert du bist, wie klar du bist. Du wirkst nicht gestresst, du wirkst nicht künstlich. Um jetzt mal positiv zu sein, du wirkst sehr authentisch und sehr energiegeladen, ohne überladen zu sein. Finde ich sehr schön und sehr fokussiert auf jeden Fall. Und auch da, jetzt ohne Sugarcalling sage ich es einfach immer geradeaus, weil ich es immer so meine. Diese Art, wie du bist, gibt es sehr selten. Ob das jetzt irgendwo hilft, weiß ich jetzt nicht. Aber für mich, ich spreche mit sehr vielen Menschen, auch offline. Und ich muss sagen, die Art ist wirklich selten. Es ist jetzt nicht extrem selten, dass es eine oder eine Million ist, aber es ist sehr, sehr selten. Und ich glaube einfach, dass du damit sehr, sehr weit kommen wirst und bist ja schon sehr weit gekommen in einer sehr kurzen Zeit. Und die Art und Weise, da triffst du auf Menschen, da stößt du die ab und ziehst sie an auf eine gewisse Art und Weise. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll, weil du dadurch auch das nicht übertreiben, aber irgendwo schon auch ein zeitloses Symbol bist. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt von dem, was du gemacht hast und zu dem, was du machen willst, wo du einfach noch was geben kannst, was abgeben kannst, wovon noch mehr Menschen etwas haben, ohne dass du noch mehr tun musst. Und das finde ich großartig. Deswegen erstmal eine Kernfrage dazu. Viele Menschen strugglen an der Energie. An der Energie etwas durchzuhalten, durchzubeziehen, zu Ende zu bringen, zum Erfolg zu bringen und so weiter. Was ist deine Quelle? Zeit mit mir alleine. Das klingt wahnsinnig banal, aber ich habe für mich einfach sehr gut gelernt, wie ich meine Batterien auflade. Und das ist nicht immer das, was andere Menschen zu dir sagen, was du machen sollst. Und dann musst du hier Zeit verbringen mit deinen sozialen Kontakten und dann musst du eisbaden gehen und dreimal im Kreis laufen und meditieren. Das ist Nonsens, sondern das ist eine hochindividuelle Sache. Und da habe ich für mich einfach gelernt, ich brauche verhältnismäßig viel Zeit mit mir alleine. Ich bin eher introvertiert. Ich bin nicht schüchtern, aber ich bin introvertiert. Das heißt also, ich lade meine Batterien auf, wenn ich alleine bin. Und wenn ich diese Zeit nicht habe, dann merke ich, dass meine Energie abnimmt. Und ich bin jetzt mittlerweile einfach in dem Punkt, wo ich mir ganz bewusst diese Blöcke bei mir in den Terminkalender eintrage, als wäre das ein festes Meeting. Und diese Zeit kann ich dann gestalten, wie ich möchte. Ich lese wahnsinnig viel, ich schreibe wahnsinnig viel und manchmal ist es auch einfach nur, dass ich auch mit mir selber Ideen ausarbeite. Und das können viele andere Menschen nicht verstehen, weil man sucht vielleicht immer nach der einen großen Sache, die man braucht, um daraus ganz viel Energie zu ziehen. Für mich ist es tatsächlich eine ganz simple Sache. Einfach nur verstehen, wie du selber bist und dir dann das geben, was du brauchst. Und das kann ich für mich in meinem Fall ganz alleine. An alle Zuschauer und Zuschauerinnen, nehmt das bitte, bemühtet, weil ich kann das so gut verstehen, nachvollziehen. als ich zwölf, also zwölft war, bis neunzehn, so in den Dreh, extrem introvertiert, also auch schüchtern. Meine Mutter hatte mal gesagt so, hey, da hat jemand angerufen, ist am Telefon hier, geh mal ran. Und da war da ein Mädel am Telefon. Und ich war zu der Zeit aber auch, auch mal so mit Jungs, also in der Schule zumindest, mit Jungs unterwegs. Und da war da ein Mädel dran und das war für mich so, und ich war total baff, ich hab nicht einen Ton rausgekriegt, sie hat trotzdem fünf Minuten lang geredet, war total süß und so, also völlig aufrichtig und direkt und so. Und ich hab nichts rausgekriegt, ich hab gesagt, ja, okay, vielleicht willst du gerade nicht reden, aber wir sehen uns ja morgen in der Schule, Patrick. Naja, ich sag, ja, das war das Einzige, was ich gesagt hab, so, und dann aufgelegt. Und dann kam Sport dazu. Dann kam Sport und das hat es komplett nicht geswitcht. Also ich bin immer noch sehr, sehr ruhig, also wenn ich, ich rede zwar viel mit Menschen, sobald ich ja war, aufhören mit Menschen zu reden, hört man von mir auch nichts. Also ich hab vor drei Jahren eine Wohnung gezogen gehabt, da bin ich jetzt raus, ich bin jetzt hier mit meiner Frau zusammen, und hab eine Wohnung gezogen nach zwei Jahren lang. Und nach anderthalb Jahren hab ich immer Nachbarn getroffen, sie, sind sie zu Besuch? Ich sag, ne, ne, ich wohne hier. Seit wann? So, anderthalb Jahren. Ne. Also man sieht sich nicht, man hört sich nicht, die haben sich schon gefragt, wer wohnt denn überhaupt noch jemand? Und das ist so, es gibt so verschiedene Versionen von introvertiert sein. Mhm. Einer ist schüchtern, der andere ist aber nur still, der andere ist nachdenklich oder sonst was. Und ich denke, dass wir alle ein Stück weit in die Richtung gehen dürfen, wenn es darum geht, Energie, die Quellen anzupfen, zu sagen, okay, ich brauche mal echt Ruhe. Ja. Ruhe, ich brauche den Wald, ich brauche die Wiese, ich brauche das ruhige Wohnzimmer, ich brauche nicht die nächste Party, ich brauche nicht das nächste Event. Dann, oder auch, ich rede zum Beispiel sehr schnell, früher habe ich langsamer gesprochen, ich kann auch, wenn ich möchte, wesentlich lauer, langsamer sprechen. auch fühlen, was das Gegenüber, was der Gegenüber oder dir Gegenüber braucht. Schnelles, langsames sprechen, naures sprechen, ruhiges sprechen, zuhören, die Klappe halten. Mhm. Und das brauchen wir für uns selbst halt auch. Also auch an alle Menschen, die das hier sehen, die bis zum Schluss geguckt haben, ist aber dankeschön dafür. Und da mal einfach sich selbst in die Selbstverantwortung nehmen und sagen, okay, was brauche ich eigentlich, damit es dir besser geht, damit ich besser arbeiten kann, damit ich besser schlafe, kann und so weiter. Mhm. Na, enorm wichtig. Ähm, das ist auch die Einladung jetzt zum Schluss. Ich könnte mit dir noch eine Stunde quatschen oder mehr. Was ist, was ist so, ich meine, du hast ja jetzt schon über das nächste Projekt quasi mehr oder weniger gesprochen. Mhm. Wie kriegt man, wie kriegt man dich jetzt noch am besten erreicht? Weil du hast ja sehr viel zu tun. Reagierst du relativ schnell auf LinkedIn? Kommt drauf an, wie viel los ist bei mir im Postfach. Ich gebe mir Mühe auf jede einzelne Nachricht sowieso, aber sogar auch auf die Kommentare zu antworten, die bei mir drunter stehen, weil ich diesen Austausch und die Netzwerkpflege nach wie vor einfach sehr wichtig finde. Das heißt, LinkedIn ist die Nummer eins Plattform, um in Kontakt zu treten und da sind schon so viele spannende Kontakte daraus entstanden. Da bin ich jeden Tag mehrfach online, da fühle ich mich sehr zu Hause. Das heißt, da bin ich am meisten unterwegs und dementsprechend auch gut zu erreichen, ja. Ja, schön. Sehr schön. Also auch diejenigen, die zugucken, wenn ihr den Impuls habt, dann meldet euch jetzt und im Laufe des Tages, weil sonst geht das wieder im Alltag komplett runter nach dem Motto, bei Wien wollte ich mich nochmal melden? Ich muss mit B. Und dann ist das weg. Das ist schwierig. Also entweder macht ihr euch nur noch Cheats, schreibt das auf, im Laufe des Tages macht ihr das oder ihr meldet euch einfach jetzt, macht vielleicht einen Tab auf im Laptop und dann habt ihr die Seite. Aber alles, was zu dir führt, Birka, haben wir bei uns verlinkt. Das heißt, man kann sich direkt bei dir melden. Ja. Genau. Jetzt kommt der Schluss, nämlich du darfst dem nächsten Gast deine Frage stellen. Du wirst nicht wissen, wer es ist. Du wirst nicht das Thema wissen und auch nicht die Branche wissen. Aber du darfst auch bei der Random-Frage an den nächsten Gast stellen. Ja, das ist eine Frage, die ich sehr gerne Menschen stelle. Ich lese unwahrscheinlich viel und Bücher hatten einen riesigen Einfluss bei mir, auch in meiner unternehmerischen Reise. Ich würde gerne fragen, was ist das eine Buch, das den größten Impact auf dein Leben hatte, speziell was dein Business oder deine unternehmerische Reise angeht? Ja. Da bin ich mir gespannt. Die Antwort ist halt auch wieder interessant. Wenn auch bei dir werde ich sagen, wenn ich den Gast habe, wo ich die Frage stelle, weil jetzt habe ich gerade keine Frage an dich, leider. aber der nächste Gast wird, glaube ich, einen bekommen, kann dir ja sonst auch den Text nochmal schicken, falls ich eine Frage bekomme an dich. Was da für eine Antwort bei rumkommt, also das ist immer spannend, was da rumkommt, weil die Person in der Tagesform wird immer nochmal eine andere Antwort geben als in einer anderen Tagesform zum Beispiel. Absolut. Ich danke dir für deine Zeit, für den ganzen Input und auch für die, die dabei geblieben sind. Ich sage danke, 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 danke und würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Danke dir. Hallo, ich bin Janine Tüxen, Coach für Frauen in Führungspositionen, Dozentin für gemischte Gruppen, für Kommunikation, für Auftritt, Positionierung, Mindset und ich bin Autorin und Speakerin. Ich war bei Patrick im My Glieders Podcast und wir hatten ein bombastisches Gespräch über Frauen in Führung, über diese Schwarz-Weiß-Malerei, Männer, Frauen, braucht es Frauenquoten, braucht es Frauennetzwerke, braucht es Frauenversteher, whatsoever, wir sind zu einem wichtigen, wichtigen Schluss gekommen und wir haben über Tipps und Tricks und über Inner-Self, über die innere Arbeit gesprochen, um die Führungspersönlichkeit zu werden, die du womöglich auch schon bist und wir brauchen noch viel, viel mehr Vorbilder, die mit Persönlichkeit führen. Also schon deswegen solltest du dir diesen Podcast an.